Musik Mit der sich ständig verbessern den Wasserqualität im Neckar gibt es eine schöne Entwicklung. In jedem Frühjahr steigen hunderte von Nasen in die Nebenbäche und Flüsse des Neckars auf. Besonders schön kann man dies beobachten an der Mündung der Lauter in den Neckar bei Wendlingen. Direkt im Mündungsbereich stehen dann große Döbel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020